ich weiß aber großen hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge microsoft mit dem tag macht er versucht gleich mal hoch zu kommen wenn ich hier noch items suche... äh nein, ich hab keinen Sports-Stimmel AU! Dachkratz Dachkratz Dachkratz, ich bin tot So und jetzt fliegst du wieder raus, das wär schön Haha, nee Schleller Ich bin tot Ja Ich war schneller Du auch Nö Du auch tot Nein Nein Oh, das gibt's nicht Danke Ah Scheiße, ich bin tot Mama, was willst du nicht so? Nein Der ging daneben Boah, da wird schon mischarging Da wird schon mischarging Da wird schon mischarging Fick dich Ja, geil, ich bin drüber auf Waterhouse fast Ich leb noch Nee, du bist auch gut Mann, der Kill ging nicht auf mich Ja, ha Boah, was hast du jetzt schon wieder gedacht? Dich schlag einfach nur Das ist aber einfach ausreichend voll Volle Kitten, hervor Mann, lern das doch endlich mal Danke Oh, Junge Oh, endlich Ich wär tot Du auch? Nö Autsch Danke, ich bin schon wieder tot Hör mal auf mit deinem ganzen Kacke Kitten Machen vieles damage als sonst Du willst bei mir Geh weg, ey Nein Danke Genial Hier hat sie genau richtig getroffen Die brauchen keinen Schaden machen Die müssen sich bloß töten Hier liegen so viele Raketenwerfer Hup Jetzt Hui Tot Autsch Autsch Aaaaaaah Ich hab mich trotzdem noch erwischt Der erwischt auch nichts gebracht hat das Ich kann lieber 500% haben und ich sterben Wie? Und du kannst mit 1% sterben Beide nicht getroffen Boah Geh weg von mir Ich bin runter So bin ich eigentlich ständig hier unten Wo ich nie mehr hochkomme Haha Wett, jetzt kommst du mit Raketenwerfer und Kills, Matt Ah ne, ich bin oben Mit Raketenwerfer Autsch Ja, das ist mein Doch, da ist das Oh, schick Der Kicks Wisst ihr denn, liebe Zuschauer Der Kicks Der Kicks Der Kicks Der Kicks Der Kicks Der Kicks Oh, war das knapp Ich hab genau die Kicks, die ich hier erlebt Was macht das? Ohhhh Ohhhh Oh, danke Dass du mich geboostet hast Waaah Geh mir ja wie ein Kicks Ey Der Aare, Junge Ohhhh Ohhhh Ich bin Ich bin hinter dir Echt? Oh, halt Ups Selbstgegelt Bin doof Jetzt machen wir aber mit Ähm Ja Hast du gesehen? Nö Der hat grad echt was explodiert Nö, nix Nada Gleich, wie grad eben Ja Zehn Leben Map Regenerierer Ja Jetzt mach der Smasher rein Oh komm mach Smasher Du Smasher Mach ich Nächste Runde Ja, okay Aber mach mehr als 10 Leben Zum Beispiel 15 10 Oh, er ist das Item Oh, er ist das Item Oh, das ist ein Kack-Raketenwerfer Oh, das ist ein Kack-Raketenwerfer Nein Ich hab grad einen Raketenwerfer eingebracht Danke fürs Hofschießen Hast mir grad auch einen Raketenwerfer eingebracht Nein Hi, ich bin unter dir Fuck, da ist ja noch einer Ja, das hab ich auch gesehen So, ich bin ja mal voll daneben So, voll daneben du auch wieder nicht, ne? Ja, ich bin tot Ja, ich bin tot Biss im Boden, ey Autsch! Mich hat das gekillt Echt? Ja Ich hab's überlebt Ich auch Nein, hab ich nicht Boah, geh weg mit deiner blöden Ich hab doch gesagt, ich hab's überlebt Kack-Faul Junge, geh weg, du Geh weg mit deiner Kack-Faul, dir, ey Das geht nicht Das gibt's nicht bei mir Das gibt's heute nicht im Tagesangebot Tschuldigung So, heute gibt's durchge- Durchgekloppten Sag, Master OZ Ist das, ähm Dark Master Die Empfehlung Habt du schon 100 Mark Sack, ey Die Empfehlung des Hauses heute Durchgedroschener Dark Master Nö, verprügelt deine Playball Mann, ich komm hier nicht hoch Nein, oh, danke für's hochschießen Was bringt das? Wann, man, damit kannst du nicht die Charge schließen Hatte ich eben grad aber auch Na, nichts Oh, da brennt Oh, da brennt Eif Wiii Bum 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 Komm her, komm her Durchgedroschene Let's Playball Nee Boah, wie frisst du mich auf den Werner Ich hab dich ja ge-crapt Ja, das ist mir doch Schnupper, was du nicht tust Nee, eigentlich nicht Geh weg von mir Niii Niii Ups Doppeljumper, Charging Boah, das ist egal Nee, ich bin kein Raketenwerfer, das ist mein Problem grad Wie viele sind die? Das war doch von letzter Runde, die Ich find keine Kein Wunder Wir werden jetzt hier Let's Playball verdroschen Ja Also, ja okay, wir verdroschen Let's Playball Ja Wenn der Raketenwerfer dieser Au Äh, komm hoch, komm Ich voll erwischt Yeah, voll erwischt Aua Boah, das wollte ich machen Nein Das wir ihm übelst leicht runterstoßen können Wo ist denn der Map Regenerierer? Welcher Map Regenerierer? Den hast du wo eingestellt? Oder nicht? Nein Danke, tschüss Ich weiß nicht, oh, Double Chub is Charging Oh, ich find schon wieder keine Raketen Rock hat Gibt's auch nicht mehr Wie? Wieso nicht? Weißt du, diese Runde klopft wo Das heißt Fäuste erschlagen Ja, ja Diese Runde Bin ich frei, bin ich tot Au Ich hab 100% Was? 100% Tschüss Geht's endlich weg? Ja Ich hab das Flairbeine tot geprügelt Und kauf nicht mehr hoch Heute gibt's Echt? Doch, du Stopp Boah, yeah Weg du Mit deinem scheiß Crap da, ey Wer tritt dir jetzt niemand? Nooo Jaaaa Scheiße Mann Hab ich mir extra noch Ich bin da noch Komm mal, was lämmst du schon weg? Ich war da noch Echt? Das war's aber nicht Oh, geh weg, ey OHHH Oh, da bist du schon wieder Oh, ich lebe noch Ich sterb nicht Oh, Ha Ich sterb nicht Ey dein Name ja noch ja du bist der wand drin ja ich bin ich sehe bohnen ich weiß es doch ich sehe den namen aber ich will nicht angucken komm ihr seht ich hab geräumt lol ich stehe in der wand ich sterbe jetzt nicht mehr hab keinen bock runter kill mich komm kill mich haaa kill mich ich hab sogar so gewonnen durchgeprügelten netzfamer gibt es jetzt nur mit den 48.000 oh gelber mensch oh gelber mensch nix da ich kann schnell mit der maus klicken klick alles du ey ich find das immer doof wenn ich dich färbel wenn du dich hinterher wegwürst und nicht nach vorne boh ich verkackt doch ey so ich habe es karte tschüss hihihi 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 doch doch jetzt ich hab dich immer zwei dreimal geschlagen tschüss 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 3 klicker auf wie viel hast du eingestellt 20 bitte alles ja ne wenn nicht ich sehe es in der Aufnahme oder willst du das Video für die Sperren hihihi kannst du eh nicht doch nicht für alle schiebt nur vereinen doch kann man vereinen tschüss tschüss ne ja du nicht tschüss ah ich hab's als der Item gefunden komm her nein scheiße jetzt hat der's auch oh hihihi ah ich hab den Safety Style gemacht yeah du bist tot hihihi ich hab den Smasher auf die Füße gehauen hihihi tschüss weg von mir ich geh ja schon ich geh ja schon ich geh ja schon ok komm mal her ja komm du doch mal her tschüss 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 ich hab dich aber auch getroffen ich bin tot haha du bist tot nö ah ich hab ihn eingesammelt vorher ja und braucht keinen du hast keinen Trick der heißt mit Fläber du tötest mich nie wieder hihihi ich krieg die Wand nicht mehr scheiße mit Fläber was sollt ihr es jetzt was geht was ich nicht getroffen ich lebe noch und zwischen ist weggeflogen du hast den boden getroffen wir keine einzige schaden gemacht das muss man schon eingestellt und damit haben wir schaden echten und und jetzt schon wieder Aua das war geschickt eingefädelt ich lebe aber noch. Trotzdem das war ein direkter Treffer. Egal mit deinem direkter Treffer. Du bist rot. Du auch. Ehrlich mal. Jetzt bin ich tot. Geht. Wieso kippen? Oh, ist ein Mescher. Meiner, 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 meiner. Mama. Machst du? Oh, halt. Fick dich jetzt. Wie gesagt, manchmal reicht die Faust aus. Und darf die Faust lieber unterweisen. Das Mescher kickt an dieses Ziel genau weg. Komm. Oh, fein. Ich lebe noch. Ja, weiter. Du hast Schaden bekommen aber richtig. Weck mich, Junge. Das war ein direkter Treffer. Egal. Oh, das schaffe ich nicht mehr. Cool, oder? Du hast einen volligen geilen Trick entwickelt. Du bist tot. Tot? Ja, ganz knapp. Oh ja, du fällst grad noch. Double Jump ist Charging. Oh, warum springt der Double Jump nur nach vorne, ey. Ich will, dass er nach hinten... Oh, gehst du mir aufs Weg. Ich leb immer noch mit 600 HP. Okay. Hilfst du. Fand ich nicht gut. Wirklich. Ich leb immer noch mit 800 HP. und geiler Schuss nein ist tot oder? ja weiß wie knapp das war sehr knapp oh jetzt bin ich aber glaubt tot ich hab 1.000 ich hab 1.000 ich hab 1.000 ich hab 1.000 ich hatte 1.000 so soll man mal ne Runde nur mit Möp-Räcke nach ihr so zacken? er frängt nichts aber der frägt ja der frägt was ich weiß bist du tot? meiner hat er was gebrauch- äh gebracht oh ne der ging daneben oh ich lebe noch oh das getroffen habe ich dich du willst nicht okay I see you oh ouch feier er hat ja nicht gerechnet dass ich so schnell darauf reagiere oder? ah eigentlich schon oh ich hätte ich hoch schießen können Doppeljumpe bei mir will der nicht springen auch wenn ich Doppeljump habe was war das? das war ich das war das? was 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 war das? der Smasher weißt du was? das war richtig gemein wieso? weil du verlierst? ich hab die Map erwischt ich hab die Map getrascht ich hab die Map getrascht danke für den Smasher wieso das ist 200%? wieso bedankst du dich dafür? komm mal her ich sag danke für den Smasher und danke dass der voll daneben ist oh geiler schon so oder? ja ich bin nicht tot doch doch jetzt schon Alter packt mich da wieder neben ahhhhhhhhh meine dafür nicht ich kenne die aus dem Fleck Gefährdung sich zu Fall getroffen um abständlich jetzt gib mir auch mal eine Chance kurz jetzt Playbar ey wer weit ist an dem? ich bin tot so war das weinen nicht danke uhhhhhhh haha wirst du weit geflogen? ja, ich hab das saubermiko Komm, jetzt mach Raketenwerfer rein und Raketenwerfer Map Regenerierer Jetzt mach ich Raketenwerfer rein und Raketenwerfer Map Regenerierer, Raketenwerfer Map Regenerierer, wo bist du? Hallo? Leber, ich seh dich nicht Siehst du mich gleich? Du bist wenig Ja Ich auch Nö, ich seh dich Ich dich nicht Das ist Kacke Du siehst mich nicht Ey, du hast Map Regenerierer vergessen Nein Doch Nein Was sollte das? Ich hab's halt mal versucht Du hast Rocket Launch veröffentlicht Ey Ey Komm mir grad echt dämlich vor Warum? Weil du nicht hochkommst Ja Komm mir echt dämlich vor, weil ich ständig gegen dich verlier Oh, es regnet gerade Bei dir oder? Ja Oh, bei mir ist schönes Wetter Map Regeneriert Hä? Hat die Map Grad Regeneriert Ich kann's auch machen, will ich aber nicht Ich muss hier rauskommen irgendwie Oh, es ist Map Regenerierer Ich hab's voll getragen, wenn ich weggemacht hab, gell Lass mal ein Loch in die Wand sprengen und dann Map Regenerierer Hehehe Was soll ich? Was soll ich? Ach, nicht Du ist gestern Aua Mami Du hast mich ge- Tööööööö Nein, hast du nicht Weiß ich B W Ja, hör doch mal auf! ich muss das was ich durchgetan habe nachholen ich kann map regenerieren dank dass du die map wieder regeneriert hast warum wo bist du was machst du was machst du was machst du oh shit ich wollte dich grad wegsmachen da war es besser noch hau ja tue ich nicht er ist kacke kennst du ach mit der tote wenn ja dann Hähl mich nicht! Lick bei dir im Hintergrund! Au! Ahaha! Du brauchst dann regenerieren! Ich bin tot! Ja, ich nicht! Boah, auf was hast du Raketenwerfer eingestellt? Oh, Doppeljump ist Charging! Scholl! Was? Doppeljump! Jump ist Charging! Oh, Möppriganerweber! Aua! Und das war... Das war richtig fies eben! Oh, Junge! Vielleicht die Map Regenerierer... Ja, hab ich auch grad! Echt? Ich hab' ich versuch's, ich lebe nämlich noch! Ich ja auch! Da hab' ich auch hochgeschossen! Oh ja, cool! Map Regenerierer... ...vonner geflogen! Hab dich erwischt! Und aufgeleuchtet! Wir haben nicht gestorben! Map Regenerierer... Nein! Bin tot! Was machst du? Ich treff wenigstens noch die Map! Ja, du zerstörst die Map, wenigstens noch, wolltest du grad sagen! Ich wieder repariere! Ah, genial! Behelf mir! Behelf mir! Vermisst du! Ich schieße Raketen-Waffe hier drauf! Bitte! Bitte lässt Leva! Ich bitte dich! Okay! Oh, ich bin grad drin! Ah, ich bin immer noch drin! Ne, doch nicht! Danke, du! Geht raus! Ey, du! Was machst du? Kann ich auch machen! Machst Map Regenerierer? Ja! Ich hab' mich nur zurückgesmashed! Ja! Biffi! Bissle! Das waren 200 Meter! Du hast mich nur bis jetzt zurückgesmashed! Bissle? Das waren 200 Meter! Nö, nur bisle! Web Regenerierer! Oh, halt! Aussprich! Ja, das hat sich erwartet! Scheiße! Das hab ich mal die Web getroffen! Ich hab' die Web getroffen! Ich hab' die Web getroffen! Scheiße! Ich wollte dich grad erwischen. Nein! Du bist tot! Ja! Weißt du das? Du bist tot! Es gewittert bei mir! Es hat grad geblitzt! Aber nicht mehr! Egal! Ich mag Blitz und Donner! Ich könnte mich rausstellen dabei! Da haben wir leise das Donner gehört vielleicht! Das riecht aber nach Gewitter grad richtig! Oh, ich geb den Geruch von Gewitter! Oh Mann! Oh, oh Mann! Wo bist du? Oh Mann! Autsch! Mann, da war mein Futter mit Regenerieren! Hey! Eieieiei! Autsch! Du warst hinter mir, richtig? Ja! Jetzt bist du über mir! Nice! Ich seh's doch! Wenn du da bist! Ey, Mist! Oh, du re... Du bist tot! Ja! Weit weg! Geh weg von mir, ey! Du hast Angst, wenn ich dir so hinterher veröpfe! Du hast Angst, wenn ich so hinterher veröpfe! Autsch! Zurecht! Die kann auch ohne Faust dich treffen! Dann mach ohne Faust! Komm! Was war? Ich hab dich direkt getroffen! Ohne Faust! Ja, ich weiß! Was? Guck mal! Was? Guck mal! Die Raketenwerfer? Öh! Bring ich dich! Was ist? Hast du den jetzigen gesehen? Raketenwerfer? Öh! So komisch! Ich seh' keine Explosions mehr! Hab die ausgeschaut! Schau' und bis zum nächsten Mal! Oh ja, let's stay warm! Dann!